Wenn du's magst, dann bist du cool, wenn du's nicht magst, bist du ein Buster Ach du Ancotti, ich wicke dein Leben Ich komm mit den Cousins, die dich erst schlagen und dann reden Ey yo, kennst du den und den? Dann bist du ein Opfer Ich bin 10% Gehirn und 90% Box, also gib mir dein Handy Und das ist Keto Die Hosen in meinen Socken, im Solarium gebacken Der BMW ist gemietet Du Opfer, was willst du machen? Überall sind Kanacken Deine Mama soll losgehen und die wird Sachen wegpacken Wir ziehen Cousin Speed, das Leben eines Jeans Wir boxen dich zu Kartoffelbrei, Ali, Murat, Rashid Stich, 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 Stich Cordon, Piccardi, Beste, Versace, Colucci, Killer Diesel, Armani, Jacke von Alpha Industries Er kommt und er fickt dich, ist ein Sozialhilfeempfänger Er macht den ganzen Tag Fitness und ist der Psycho-Gangbanger Also mach keine Deine Freunde sind Er hat vor Straßenregister 23 Geschwister, er ist bewaffnet, ein Schlitzer Du Opfer, was willst du machen? Überall sind Kanacken Deine Mama soll losgehen und die wird Sachen wegpacken Wir ziehen Cousin Speed, das Leben eines Jeans Wir boxen dich zu Kartoffelbrei, Ali, Murat, Rashid Pitbull Terrier ohne Maulkorb und Leine Königskette am Hals, im Portemonnaie deine Scheine Er hat keinen Schulabschluss in seinem Problembezirk Benimmt er sich wie Gott, wenn er durch den Block marschiert Sein Vorbild ist Europa Seine starken Arme Bringen jeden Deutsche In die Notaufnahme Ich kenne ihn schon lange, durch seine Eltern habe Ich jeden Tag Schawarma und eine Knoblauchpfanne Barisch, Emre, Serdar, Türka, Zayt Justo, meine Schuhe machen Überall sind Kanacken Deine Mama soll losgehen und die wird Sachen wegpacken Wir ziehen Cousin Speed, das Leben eines Jeans Wir boxen dich zu Kartoffelbrei, Ali, Murat, Rashid Du Opfer, was willst du machen? Überall sind Kanacken Deine Mama soll losgehen und die wird Sachen wegpacken Wir ziehen Cousin Speed, das Leben eines Jeans Wir boxen dich zu Kartoffelbrei, Ali, Murat, Rashid Mir ist alles egal, ich nehme scharfe Soße und Knoblauchsoße auf einmal Weißt du, eine Frau ist nur gut, wenn du sie im Griff hast Weißt du, was ich meine? Du kannst nicht zulassen, dass sie einfach so rumläuft Das gilt nicht, ja? Du musst schon deine Prinzipien haben Ehre, 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 Stehst du? Edelrands, Ehre